Moin moin, was geht ab? Boys sind Kult! Euer FIFA DJ hier und zwar Die Discard Games stehen wieder an, ja Viele, die letztes Jahr schon dabei waren, äh, Ende von FIFA 18 Ich hab zum Ende um mein Team gespielt In der Tat Ja, alles gut, Anderman, auf geht er So, R9 Aguero Aguero tut mir gar nicht leid Bin ich sogar froh drum Coolit Und, ja, das werden wir dieses Jahr auch wieder machen Und zwar läuft es wie folgt ab Leider, leider, sag ich schon vorweg Nur auf der Xbox, weil das ja auch mein Main-Account ist Mit dem ich auch Weekend League spiele Und jetzt können sich ganz doll die Xbox-Spiele angesprochen fühlen Ich werde heute Abend im Livestream Zwei bis drei Abo-Games machen Und, ja Wer da gewinnt, der darf sich bei mir Einen Spieler raussuchen, den ich dann abstoßen muss Und, ja, das haben wir auch letztes Jahr schon in FIFA 18 gemacht Ähm, da war dann plötzlich mein ganzes Game weg Mein ganzes Game, mein ganzes Spiel, äh, mein ganzes Team weg Ähm, ich bin gespannt, was ich für ein Team dann habe Oder mit welchem Team ich dann wirklich in die allerletzte Weekend League rein starte Ähm, ob ich noch den einen oder anderen Spieler behalten kann Auf jeden Fall heute Abend im Livestream das erste Mal Discard Games gegen mich Und ich hoffe, ich kann mein Team halbwegs verteidigen gegen euch Gegen die Xbox-Spieler Und, ja, in dem Sinne, ähm, ich freue mich auf heute Abend Bis später Tschü